Hallo, ich bin der Heinz, bin einer der Gründer von myEsel, habe 20 Jahre Erfahrung mit Holz und zeige euch heute, wieso Holz der ideale und geniale Werkstoff für unsere Eseln ist. Wir starten den Prozess mit einer eigens entwickelten Platte, wo wir innen mit Leichthölzer arbeiten, à la Birke und Wappel und außen eine Kernesche, die sehr robust ist, verwenden, um die Randfaserspannungen, die beim Fahrradrahmen auftauchen, bestmöglichst ableiten zu können. Durch den Plattenwerkstoff sind wir natürlich in der Geometrie überhaupt nicht eingeschränkt und können die Rahmen individuell anpassen. Österreich ist ja bekannt für innovative Holzprodukte. Wir fertigen unsere Rahmen auf einer hochpräzisen Fünffachsfräse. Somit schaffen wir es, dass wir wirklich den höchsten Qualitätsanspruch, höchste Maßhaltigkeit und höchste Individualität mit in unser Produkt reinbringen. Unsere Rahmen sind innen hohl, aber natürlich statisch optimiert. Das machen wir mittels FEM-Simulation. Durch das, dass wir innen hohl sind, können wir natürlich die ganzen Passungen für die weitere Rahmenfertigung innen machen, sowie auch die ganzen Bautenzüge innen verlegen. Diese Konstruktionsweise macht technisch Sinn, um Gewicht zu reduzieren und unsere Eseln schauen super aus. Für den Klebeprozess verwenden wir Hartz-Systeme, die jahrzehntelang erprobt sind in der Skiindustrie, die ideal abgestimmt sind zwischen Dauer, Festigkeit und Elastizität. Holz gepaart mit hochwertigen Komponenten und innovativen Fertigungsprozessen ergibt ein wunderschönes, hochqualitatives Fahrrad mit in Austria. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Koh감igkeit! Bis zum nächsten Mal.